Herzlich willkommen aus dem Fernsehstudio des Deutschen Wetterdienstes. Ja, der meteorologische Winter für uns die Monate Dezember, Januar, Februar geht jetzt zu Ende. Daher lohnt sich mal ein Blick auf die Statistik dieses Winters und er war doch ungewöhnlich, denn das, was man hier sah oder sieht, das konnte man kaum erleben, nämlich eine Schneedecke und gute Wintersportbedingungen. Da kann man sagen, das war dieses Jahr meistens nichts, denn es lag kaum Schnee und was sind die Gründe hierfür? Man sieht das hier mal, wenn man sich die Schlagzeile anschaut, es war extrem zu mild, es war zu trocken und es war sehr sonnenscheinreich und man kann sagen, dass es dieses Jahr meistens so aussah in den Mittelgebirgen, es lag kaum Schnee, ein paar Schneeflecken hier zu sehen, die Alpen ganz oben sicherlich noch mit Schnee bedeckt, aber in einigen Niederungen im Westen und Südwesten gar kein Schnee und das ist schon ungewöhnlich. Und jetzt mal ein Blick in die Statistiken dieses zu Ende gehenden Winters. Schauen wir uns zunächst mal die Niederschlaßmengen an. Hier mal Balken dargestellt für jedes Jahr, beginnend mit 1881, seitdem haben wir flächendeckende Aufzeichnungen. Und blicken wir auf die letzte, auf den letzten Balken hier, dann sieht man, dass der Winter 2013-14 doch deutlich zu trocken war, mit nur rund 121 Litern auf den Quadratmetern. Es gab schon extrem nassere Winter wie 1947, 48 mit über 300 Litern. Es gab aber schon trockenere Winter. Sie sehen hier, der trockenste gab es schon 1890, 91. Hier fiel nur gut halb so viel Niederschlag wie in diesem Winter. Dann zum Sonnenschein. Ja, hier mussten wir was gut machen, denn im letzten Jahr hatten wir den sonnenscheinärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen, die hier beim Sonnenschein 1951 beginnen. Sie sehen, da gab es nur 91 Stunden Sonnenschein etwa. Diesmal haben wir doch mehr als doppelt so viel erreicht und das kann sich sehen lassen, denn wir liegen damit nur knapp unter dem Rekord sonnenscheinreichsten Winter 2007, 2008. Jetzt zur Temperatur, dem sicherlich spektakulärsten Wetterelement, das man jetzt hier rückblickend untersuchen kann. Hier habe ich Ihnen zunächst mal zwei Grafiken mitgebracht für die ersten beiden Wintermonate, Dezember und Januar. Da sehen Sie links immer die Mittelwerte in Farben dargestellt und hier die Abweichungen und die sind interessant, weil da natürlich die Höhenlagen keine Rolle spielen. Man sieht, dass im Dezember ist im Nordosten Deutschlands mit mehr als drei Grad Abweichung nach oben deutlich zu warm war. Weniger war die Abweichung hier im Südwesten, dort war es weniger als ein Grad zu mild. Schauen wir uns dann den Januar an. Hier hat sich was im Bild geändert, denn hier sieht man jetzt mal blaue Farben, leicht blaue Farben im Nordosten. Hier gab es dann Mitte Januar, 2. Januar hatte doch eine Kältewelle mit Dauerfrost, auch mit Schnee. Deshalb hier sogar etwas zu kalt der Januar. Davon war im Westen und Südwesten gar nichts zu spüren. Hier war es zum Teil über drei Grad wieder zu mild. Dann zum Gesamtwinter mit der Temperatur. Hier auch wieder eine Grafik seit 1881. Wir liegen wahrscheinlich bei 3,3 Grad und verpassen damit knapp im olympischen Sinne die Bronzemedaille, denn es gab hier noch in den 70er Jahren und 89-90 zwei Winter, die lagen etwas drüber. Die Goldmedaille unangetastet mit 4,4 Grad im Jahr 2006-2007. Zum Schluss noch ein Blick in die regionalen Daten, die wir haben. Das wärmste Bundesland mit Abstand war Nordrhein-Westfalen mit plus 5 Grad. Dort lag auch die wärmste Wetterstation. Es war Köln-Stammheim mit einer Mitteltemperatur von 6,5 Grad. Das Besondere an dieser Station, es gab nur an einem einzigen Tag Nachtfrost. Auch das ist Rekord. Ja, und so wie hier auf dem Karlen Asten sieht es leider Ende des Winters 2013, 2014 in vielen Mittelgebirgen aus. Und mit diesen wenig winterlichen Impressionen auf Wiedersehen.